Zeit mal wieder abzustürzen, weil es so lustig ist. So, und jetzt bitte in Position begeben, damit ich dich erschießen kann. Ist nicht lustig, dass du da immer wieder hin und her bewegst? Ist auch der richtige Spielstand? Äh, ja. Na gut. Passt schon. Ja, 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 ja. Ach. Zu dumm stehen zu bleiben. Echt, die KI ist so beschränkt. Kann nicht mal stehen bleiben und nicht schießen. Nein, so beschränkt ist die. So kann ich nicht arbeiten. Die KI muss definitiv verbessert werden. Sie ist einfach zu bedürftig. So, wir sichern mal wieder, bevor wir nochmal sterben. Sus. Sus. So ein Stuss. So. Ui. Hier geht gleich wieder die Munition aus. Toll. Ich habe eh keine Munition mehr. 3 lives left. Ich habe angefangen, habe ich mit 7. Oder? 6? 7? 7 waren es, glaube ich. Gut, dass die Gegner nichts aushalten, sonst würde mich das echt ankotzen. Ich habe so ein Mistvieh. So weg ist es. Da ist noch vielleicht das nächste Mistvieh. Ja, ja, nein. Bleib doch. Schreibt bestehend. Brav. So stehen. Ganz ruhig, Kleiner. Ganz ruhig. Was denn das? So, das war dieser Scheiß. Der funktioniert nicht. Ja, ich habe zwar keinen Schlüssel aufgesammelt. Aber hey. Doch so schön ist, wenn wir mal drüber geredet haben. Wow, ich habe nur 4 Leben gebraucht. Ja, ja, tschüss. Zielerfassung, ja. Zielerfassung für den Arsch. Lass mich raus. Ich wollte da nie rein. Habe ich nicht gesagt. Womit sieht das denn aus? Oh, Sprengsequenz eingeleitet. Ich vermute, das ist eher nicht so gut jetzt. Und so. Ui. Lass mich doch raus. Mensch. Du scheißverfickte Trextür. Ich hasse Türen, die gleich wieder zugehen. Allen spielen so. Wo Türen wieder zugehen, dass ich sie hasse. Was wird denn überhaupt gesprengt jetzt? Dein Mütter wird gesprengt, ey. Komm schon, komm schon. Oh, 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 oh. Was ist denn noch da? Oh. War doch ganz einfach. Da war ein Gegner gar nicht gemerkt. Was hat er gesagt? Wow, irgendwas. Spiel kein Wow. Brenner rein. So, jetzt würde ich gerne wieder rausfinden. Gleich. Wenn möglich. Oh, jetzt muss ich die Mausgeschwindigkeit wieder runterdrehen. So, ich höre Gegner. Da muss ich hier richtig sein. Ich vermute mal, ich muss jetzt da hinten hin. Vermute ich jetzt einfach mal. Wo die große Kanone ist. Äh, nein. Wo muss ich denn dann hin? Man hat ja auch keine Karte, wo eventuell was sein könnte. Vielleicht da hin. Nein. Hier ist gar nichts mehr. Hier ist Stadtraum. Sehr gut. Da bin ich. Es ist so, als würde hier Flugzeuge fliegen. Ich weiß auch nicht, wie ich da draufkomme. Ich muss an diesem lauten Fluggeräuschen hören. Oh. Nö, nö, nö. Ich gehe lieber auf Nummer sicher, dass da ein Spider-Boss kommt oder so. Ich brauche das Spiel auch zu. Stirn dort, bitte. Danke. Oh, ist das still. Was hat die Flugverkehr hier? Was sind denn da überhaupt für Fluggenehmigungen? Ich will noch einer. Sterben. Tschüss. So. So, ich soll auf die Panzerung aufpassen. Ich habe so Schutzschild ohne Ende. Gut, es taugt nichts, aber darum geht es ja gerade nicht. Oh, ich habe das. Warum nicht? Mach doch jetzt auch keinen Unterschied. Was wird denn jetzt gesprengt? Bilge-Level immer noch. Schon wieder. Ich fliege einfach mal da langs. Da langs. Ah, jajaja. Richtig, richtig, richtig. Da unten ist ja... Ah, ein... Es geht nicht weiter, Bereich. Nö, ich komme immer noch nicht weiter. Super Sache. Bin ich voll dafür. Spiel steht. Ich würde sagen, ich teste, ob es ein Potsch liegt, dass es schwierigste nicht steht, aber dann müsste ich es in meiner Freizeit spielen, dieses Spiel. Momentan bin ich ja arbeitend. Also ich mache mal letztes Mal auf der Arbeit. Oh, da ist noch ein Schild. Dass ich scheinbar nicht drankomme. Ja, da waren jetzt zwar noch ein Haufen Gegner, aber ich sehe nichts, wo ich hier weiter käme, also zurück. Spieler bin ich nur verarscht. Ganz toll. Ich bin nicht erfreut. Gar nicht. Da lang vielleicht noch mal. Ähm, uff. So, vielleicht mal wieder speichern, bevor ich jetzt einfach so weiter fliege. Naja, vier Gegner können ja nicht mehr kommen. 17 ist Maximum. Davon sind bitte 17 in irgendwelche Stilgertäuren, die ich gar nicht erst suchen gehe. Was bist du denn? Du bist gar kein Schalter. Du bist auch nur zu leuchten, wenn du kein Schalter bist. Mann. Vorgegen die Watt geht glatsch mit meinem Mikro. Ähm, dann geht noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen weiter da. Dann vielleicht da lang. Da lang, wo ich gerade herkam. Das könnte natürlich... Das ergibt Sinn. So überhaupt nicht. Ganz und gar Sinn ergibt das... nicht. Habe ich da vielleicht noch was vergessen? Nicht so wirklich. Munition. Munition, das war's. Das ist es, Jungs. Ich schlage euch, Munition, das ist es. Ihr braucht keine Waffen, ihr braucht nur Munition. So vibriert ein bisschen, das war's dann aber auch schon. Tolle Sache. Nein, hier komme ich auch nicht weiter. Nein. Langsam mit den Möglichkeiten außen. Auto. Habe ich schon eins. Brauche ich nicht noch eins. Ach, da geht's auch weiter. Ne, Moment, da bin ich. Da muss ich raus, oder? Ja, ja, ja. So, ne. Das ist das Loch, wo ich reingekommen bin. Jetzt muss ich da lang weiter. Da unten ist auch nichts Neues, oder? Nicht so wirklich, ne. Ich hab's gleich. Ich kenn mich ja aus, ne. Irgendwie steht hier alles auf dem Kopf. Da hinten ist auch nichts. Ähm. 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 Vielleicht jetzt? Nee. Spiel steht. Bewirrung macht sich breit. War ich da hinten schon mal, noch mal, technisch? Ja, richtig. Da war ich ja, ne. Hopp, schieß mal. Komm, mach auf. Geht's doch bestimmt durch. Irgendwie. So nicht. So nicht. So, verschießen wir nun mal die Munition. Okay, fliegen wir noch mal da lang. Hm. Fliegen wir noch mal da. Da, Lunde. Hm. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich darf jetzt doch was gesehen. Nein, nein. Nein, nein. Nö. Warte mal auf. Ähm. Jetzt gehen wir langsam die Ideen aus. Ich war doch schon überall, oder? Scheinbar nicht. Ähm. Das ist jetzt kaputt. Oh, so, jetzt geht's weiter. Denk beschoren. Ich solle vielleicht speichern, bevor ich noch mehr zähnlos Munition verballere. Ich hab gar nicht speichern brauchen. Ich hab einfach den alten laden können, weil ich hab hier nichts gefunden. Hm. Das ist jetzt irgendwie... ein bisschen ungünstig. Hallo. Ich hab da vielleicht irgendwas. Nein. Ich war doch überall jetzt schon, oder? Geht die jetzt auf? Nö. Also, das suchen wir noch mal alles, was so lustig war. Ja, nee. Voll nicht. Voll nicht. Ich kenne mich voll aus. Weiß, wo ich hin will. Und zwar hier raus. Nur, wo das ist, weiß ich noch nicht. Aber ich arbeite dran. Was? Was? Ich muss mich raus. Ist hier noch was? Ist hier noch was? Nein. Nee. Definitiv nicht. Ich hab mal diese scheiß Sprengungen da Vorbereitungen gebracht. Nicht nirgends, wo weiter Laus kann. Laus kann. Laus kann. Wo kann ich denn Laus? Wann hab ich überhaupt angefangen aufzunehmen? Gute Frage. Nächste Frage. So, da oben jetzt raus. Da wollen wir jetzt erstmal nicht hin. Wir wollen nicht raus. Nö. Ich bin hier weiter. Da geht's weiter. Moment, was ist das? Ich hab einen Ausgang gefunden. Das ist übrigens ein Gegner. Der mit Trojax schießt. Ist das ein Gegner? Ah, das ist so ein Gegner, hey. Einfach der Sorte, den ich nicht unbedingt töten muss. Oh, doch muss ich. Ich treff ihn sogar gelegentlich. Das ist schon mal gutes Zeichen. Ich hätte vorher noch mal speichern sollen. Also, nachdem ich die anderen getötet hatte. Das wird mir jetzt natürlich nicht mehr gelingen. Oh, das ist schon gleich der erste. Na, so praktisch. Ich hab keine Panzerraum. Deine Mutter zerquetscht dich, wenn sie dich auf sich draufsetzt. Deine Mutterwitze sind immer gut. Komm immer gut an. Nein. Das heißt, mal den Typen, glaub ich, töten. Das wissen wir beim Arsch. Geht weg, der Spruch hier. Die Finger vom Arsch. Jetzt sichern mal zwischendurch. Ich schieße einfach mal blindlings irgendwelche Mucks ab. Ich schieße ein paar kleine Mucks ab. Kleiner Muck, kapiert. Ah. Was machst du denn? Puls ist da, das ist gut. Den noch töten kann? Nein. Ach, ich bin abstraben. Warum und du nicht? Ich schieße bitte mal sterben, wenn ich mit Raketen auf dich schieße. Haha, nicht getroffen. Na, jetzt guckst du aber, ne? Es geht dir die Ideen aus, was du machst, ne? Na, kleine? Äh, wo war denn das jetzt? Freundlicherweise gleich an der Restartposition aktiv fadet. Ob ich da jetzt noch reinkommen, ohne gleich wieder zu sterben? Ja, komm ich. Äh, wo ist er denn? Leider. Ach, leck mich doch. Ich hatte natürlich nicht gesichert, aber natürlich nicht. Kein Ding nicht, den zu töten. Sieh, das sag ich doch. Kein Ding. Ich zieh raus, wo das Ding hochgeht. Warum muss ich den jetzt noch töten? Lass mich raten, da geht's raus. Ja, ich bin so gut. Zwei Kristallis-Faun zu fahr. Zwei Gold-Bars-Faun zu fahr. 116,519, das reicht. Und das schritt erst mal ab. Sehr schön. Egal, Start. So, Asteroiden-Stützpunkt, unterirdischer, versunken ist, versunkenes Schiff. Jawohl, da ist es nicht mehr richtig. In der orbitalen Weltraumstation. Die vom russischen Militär entwickelte Mia-3, war eine Satelliten-Forschungsstation. Ihre Besetzung starb, als er sich in einem Shuttle retten wollte, der durch die Druckwelle zerstört wurde. Ja, richtig. Passt. Zoomen Sie den zweiten Shuttle und stehlen Sie ihn. Soll das nicht das Shuttle heißen? Was weiß ich schon von Grammatik? Guck mal. Die Porte müssen aufgeladen werden. Ach, Ivo, ich habe hier eine Batterie dabei. Die steckt mir einfach rein. Das sind also leer. Und das ist ein Solaris. So, ich kann in ganz viele verschiedene Richtungen. Aber weil mir da ein Powerpack angeboten wird. Das sind vier Solarzellen aufladen. Was soll ich machen? Eine Taschenlampe drauf richten? Meine Solarzellen nehmen Energie durch Sonne technisch auch, ne? Also, schön, dass ich zurückgeflogen bin. Ich darf nicht mal mit Ziehsuchen in der Rakete in die Gegner. Schluss jetzt. Jetzt bin ich hier, ne? Der Chef. Bis ganz oben plötzlich. Ganz oben. Was zur Hölle? Ach da. Na, Schutzschild hat sich in Luft aufgelöst. Habt ihr das schon mitbekommen? Warum gibst du mir jetzt Mock? Mock. Was bist du denn da hinten? Lass mich raten. Du bist so eine Solarzelle. Oh. Soll ich diesen Raum vielleicht bei Gelegenheit verlassen? Wunderbar. Ich hab die Solarzelle aufgeladen. Wie genau ich das jetzt eben... Einfach mal drauf schießen, ne? Also, wenn ihr eine Solarzelle habt, ihr wollt Energie haben, müsst ihr einfach mal drauf schießen, ne? Das ist immer gut. Das funktioniert total toll. Habt man ja eben gesehen, ne? Einfach mal drauf schießen und schon lädt sie, ne? Einfach mal am besten mit der Panzerfaust oder sowas. Hallo. Wenn ihr mich anguckt. So traurig. Ja, wenigstens gibt ihr mir keine Mock. Ja, die Dinger sind zum Glück relativ harmlos. Außer sie spawnen direkt hinter einem. Ihr wisst, was ich meine. Wenn nicht, guckt euch die anderen Folgen mal das Displays an. Ah! War das schon die ganze Zeit da dieses Ding? Nein. Es hat sich spontan dazu entschieden, an dieser Party teilzunehmen. Wie das da vorne auch. Und der hat sogar noch drei Kondos mitgebracht. Ich hoffe, die haben Bier dabei. So, wir nehmen mal wieder etwas Munition mit. Und sichern natürlich nochmal. Kann man nie oft genug machen, sichern. Es gibt auch nie genug sichere Speicherplätze. Oben geht's nicht weiter. Dann fliegen wir mal da drüben lang. Mein Gefühl sagt mir, dass es noch mal zwei Solarzellen gibt. Nach zur Hölle! Daneben nicht. Und jetzt komm ich doch. Mach doch was du willst! Schatz, Gegner. Kommt erst später, wie's aussieht. Steck doch im Stau! Er steckt beim Verkehr fest. Nicht lustig. Ah, viel Stress, hm? Viel Stress, hm? Lass dich mal treffen, Mensch. Das ist mir doch nicht so schwer. Heimverkehr. Wo spawnen wir jetzt, genau? Hat euch doch schon getötet. Hat euch doch schon getötet. Ich hab' das Ding halt nicht. Ich brauch' die Schiffskanone aus dem versunkenen Schiff. Und kann ich die... Warum konnte ich die nicht...